Time to play the game. Time to play the game. Time to play the game. Hallo Leute, ich bin Ron Wolf und willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, Sauron Dead. Ich habe hier Ammo Bench gemacht. Wir können hier jetzt verschiedene Munition herstellen. Diese Munition ist für unsere Sniper, warum auch immer das nicht gehen möchte. Also, das hat aber funktioniert, das kann ich euch sagen. Ich habe das schon ausprobiert. So, und das sind die richtigen Munitionen. Also, 300 8er und unser Sniper Gewehr braucht 300 8er. Also, warum das hier jetzt nicht funktionieren will, ist mir schleierhaft. Ich kann zwar die hier jetzt auch ziehen. Normalerweise hat es funktioniert, Leute. Die 300 8er Sniper. Aber, ja, auf jeden Fall, das hat funktioniert. Und, ja, ich muss jetzt, möchte ich etwas tun. Und zwar, ich habe noch ein Auto hier. Ein neues Auto. Ich möchte jetzt, äh, zur Stadt fahren. Aber, ich zerschrotte mein Fahrzeug. Ich möchte zur Stadt. Ich möchte jetzt etwas Essen finden, weil ich habe, äh, das hier. Wow. Cool. Ich zerschrotte wirklich meinen Wagen. Aber das ist mein schnellster Wagen. Und ich möchte ungern dem zerschrotten. So, das ist jetzt die kleine Stadt. Hier brennen. Hier raus. Das, das. Schauen wir uns hier um. Hier gibt es auch Holz zu entdecken. Komm mal her. Mist, okay. Ähm. Es regnet. Was ich hasse. Im Spiel. Du hast Geld. Was ich sowieso jetzt sehr viel habe. Aber irgendwann mal fahren wir zu, äh, Verkäufer. Und dann, dort will ich was kaufen. Ich werde wohl viel Geld brauchen. Gehen wir besuchen mal den Essenhaus. Wie gesagt, ich bin jetzt auf Eisen und Essen. Ah ja. Auf der Suche nach Reisen und Essen. Manchester. Ja, brauch ich nicht. Okay. Was ist das? Das nehme ich. Nehme ich auch. Die Tasche brauche ich nicht. Ich habe so viele jetzt Rucksäcke und so weiter. Also Rucksack im Rucksack und im Rucksack. Nochmal im Rucksack. Big Back im Big Back im Big Back im Big Back im Big Back. Was wir aber allerdings nicht viel haben, ist Essen. Oh Mann. Und Eisen. Ich höre ich doch noch einen. Wie viele Zehn. Bist du da am Laufen? Ich glaube wir haben jetzt erstmal Ruhe. Wasser. Plastik. Noch mehr Plastik. Ich brauche Essen. Geld. Naja. Ich weiß nicht ob ich das Geld überhaupt brauche. Ich habe so viel. Aber wie gesagt, ich würde gerne den Verkäufer später besuchen. Oh ja. Gound Powder. Wir können noch mehr Munition herstellen Leute. Für die Schorotti. Ich glaube da war einer für Schorotkan. Ich trinke mal. So das Essen. Essen. Haben wir gesammelt. Jetzt fahren wir auch nochmal zur Tankstelle. Holz. Benzin. Benzin. Schieb mal dich hinein. Holz. Weiß ich nicht ob ich das überhaupt brauche. Ich habe jetzt nur noch. Ich habe noch Eisen. Also dieser Tisch. Ich habe hier noch Eisen. Bullets. Ja gut. Da läuft jemand. rum. Ah. Die Maske ist. Ich habe jetzt die Gasmaske an. Deswegen. Da läuft noch jemand rum. Da. Mist. Okay. Okay, okay, okay. hmmm, Wasser. Ich habe hier noch eins gefunden, also noch eine größere Tasche unterwegs. So, fahren wir mal weiter. Oh ja, noch mehr essen, noch mehr trinken, vor allem. Aber auf Essen freue ich mich. Immer mehr. Medix nehme ich mit. Munition. Warum der das nicht machen will, will ich mir jetzt schleierhaft. Aber wir rüchten die eine mal rein. Das geht einfach. Achso, weil ich vielleicht im Schrank bin. Nein, jetzt will das auch nicht rein. Total verbackt. So, wir haben noch einen Magazin für unseren Revolver. Weiß nicht, ob wir den brauchen. Ich glaube, wenn wir so ein paar Magazine haben, dann geht es mit R laden. So, wir sind hier fertig. Wir suchen, wie gesagt, Essen. Ach ja, noch was. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Da steht mein Auto. Und ich fahre lieber mit dieser Richtung. Also schießen tue ich mit der anderen Richtung. Pass. Finde ich, dass es besser ist. Und fahren... Waaah, Hilfe. Viel zu schnell. Aber dieses Auto ist... Also dieser Buggy oder was auch immer. Ähm... Der ist am schnellsten. Braucht nur eine Tankstelle. Suchen jetzt. Falscher Knopf. So blöde did im Zumbeiß. Wow. Ihre Böber- Он hat es verk pequeño als chloride. Es gibt keine Aufstehen. So, wir müssen einfach erst einmal gehen. ich weiß vielleicht das ist munitionverschwendung aber wie gesagt geht schneller ich höre ich doch immer, oh, metall shit, da läuft doch einer noch rum, ich kann das metall nicht aufgeben die brilli sind mir egal, aber das ist eisen nicht ich habe noch eine gasmaske das hier ist essen und trinken und heilung aber wo war das jetzt mit dem eisen was hier was hier so habe ich steine habe jetzt vor allem etwas reparator boxen sind auch cool weil damit kann ich mein auto reparieren aber diese zombies lassen mir das nicht tun oh ja salat, jetzt können wir zu hause salat machen ich weiß nicht ob ich das hier brauche aber ich nehme mal wir fahren nach hause und schauen was wir noch da machen diese zombie geräusche machen mich fertig was nicht so hast du ihn? was ist denn? was ist denn? Hey Trott! Indie. Warum das jetzt nicht macht, ist mir klar, da ist noch etwas, können wir noch mal fahren, bin Level 8, nicht schlecht, da ist noch ein Gebäude, da fahren wir auch noch hin, schauen dort mal nach, was wir dort haben. So, jetzt bremsen wir mal hier, gucken, also erstmal ein Auto. Erstmal viele Zombies, würde ich sagen. Oh Mann, und die Sicht ist gerade nicht schön, gar nicht schön, die Sicht. Was machst du gerade, ich bin verletzt. Und er will sich hinsetzen. Hier, friss mein Blei. Friss mein Blei, du Arsch. So, vollgepumpt mit Blei, zu viel Blei, ist auch ungesund, ne. So. Ja, Wasser. Das kann ich mal austrinken. So, nicht viel jetzt. Mann, es wird zu früh dunkel. Wir haben noch 5 Schuss. Schlecht für uns. Was kann ich? Gibt es hier noch Platz? Ja, etwas. Was wollte ich eigentlich wegmachen? Was wollte ich eigentlich wegmachen? Das ist die Frage. Äh. Das hier. So. Ach ja, ich wollte, äh, hier, ich wollte meine Knarre nachladen. So, jetzt schauen wir mal, was in diesem Haus da ist. Außer diese bescheuerten Zombies. Die mir das Leben zur Hölle machen. Oh Mann, noch einen Schlag und ich bin down. So. Kleines, du bist hier falsch, hier gibt es kein Wasser. Oh Mann, der Punk kommt noch. Ich glaub, ich glaub, es ist hier jetzt gesäubert. Ich muss mal, wartet mal. So. Tabletten. Ich glaub, das war der Wagen Schrott. Ja. Ist Schrott. Und da laufen noch mehr davon. Ich kann nicht rein. Solange da, dieser rumläuft da, da hinten. Dieser blöder. Zombie. Na ja, und der war nicht alleine, ne. Ein Zombie kommt selten allein. So. Ich glaub, jetzt ist Ruhe eingesackt. Brauche ich das überhaupt? Brauche ich vor allem das Geld überhaupt? Na ja, ich weiß nicht, wie teuer die Sachen da zum Verkaufen sind, ne. Uh. Filtermask. Was ist das? Oh ja. Dem nehm ich. Dem platziere ich, äh, zu Hause. Steine. Ja. Nehm ich mal mit. Pulver vor allem. Und. Bullets Cays. Nehm ich mit. Steine nehm ich mit. Hier ist voll, ne. Ja. Okay. Die Steine, äh, die waren in einem anderen, ne. Die waren irgendwo hier. Ja. Ne. Hier war Schrotgang. Wo warst du? Wo waren die Steine? Es gab wirklich viel zu viele, äh, jetzt nehm ich schon mal hier rein, die, okay. Sehr schön. Das war eine gute Lutour. Was bist du? Toilettenpapier. Nehm ich mit. Brückenglas, na ja. Ich weiß nicht, ob ich das für Crafting dann später mal brauchen würde. Aber die Kiste, die stelle ich mal bei mir. Ich hoffe, die wird auch als ähm, Kiste anerkannt. Ich meine, dass ich da hinten Sachen packen kann. Mal hoch. Gitarmmusik ist geil. Schlafsack habe ich Geld durch habe, das habe ich. Da ist was explodiert. Das nehme ich mal mit, weil ich Essen ziemlich wenig habe. Salat nehme ich mit. Das habe ich schon mal. Money. Wie gesagt, Money, ich habe viel zu viel Money. Aber, ähm, na ja. Man weiß nie, ne. Wie teuer die, ähm, Sachen da werden. Für irgendwie Munition wird der sagen, ja eine Milliarde bitte. Dann sage ich, na ja, habe ich es nicht, ne. So, was haben wir? Noch mehr Money. Hunterhood. Okay, das weiß nicht, was ich so gut probiert. Okay, das weiß nicht. Was sind ja auch nicht. Maske. GPS. Ich habe doch GPS, nämmer. Einmal. Mh. also gut leute ich glaube es wird zeit nach hause zu gehen wir haben hier alles es wird zeit nach hause zu gehen aber eine sache freue ich mich wirklich also ich kann jetzt wirklich munition machen was ziemlich toll ist wobei ich muss aber gucken ich glaube ich habe sogar das ak und schrottgang ich habe einen schrottgang und man kann da eigentlich munition machen es ist ziemlich teure eingelegenheit zwar zum einfach zu testen das werde ich aber bevor also ich speichere ab und dann teste ich das ganze weil das kostet uns ja schon vergaunen powder also schießpulver und davon haben wir nicht viel ok so wir sind zu hause nicht aus so ich verabschiede mich von euch vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es gefallen also wir haben jetzt pulleys wir haben armortable ja hier können jetzt so viele bullets herstellen aus eisen können wir uns hier aber das kotzt uns ziemlich viel eisen zehn bullets fünf eisen das ist einfach wir finden auch viele mich interessiert diese munition ich glaube allerdings dass das für die schrott ist die habe ich ja die schrott da welche munition die klassik schrott kam 45 kaliber 45er das ist für für so maschinengewehren ok gut ok jetzt muss mir erstmal was schauen und zwar leute wir haben irgendwo hier jetzt eine kiste die würde ich gerne mal platzieren echt viel zu viele rücksäcke können aber auch salat machen viel zu viele rücksäcke das ist die frage wird das als box anerkannt ja wird das das heißt leute ich werde jetzt alle rücksäcke hier rein machen so viel langfristig zu schauen ich hoffe euch gefallen und ja ich wieser es zu tun es bis zum nächsten mal oder nur v3 tschau